Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat vom Januar 2021. Heißt, dass ich euch heute die Bücher zeigen möchte, die ich gelesen habe. Das werden allerdings nicht viele sein, beziehungsweise eigentlich kann ich euch kein Buch zeigen, das ich wirklich fertig gelesen habe, denn ich habe jedes einzelne dieser Bücher abgebrochen. Das ist mir noch nie zuvor passiert und ich hatte wirklich im Januar einfach so viel um die Ohren, und ich konnte mich überhaupt nicht auf das Lesen konzentrieren und alles, was ich gelesen habe, hat mir einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen, beziehungsweise ich habe es dann einfach nicht zu Ende gelesen, aber darüber möchte ich in diesem Video hier reden und dabei wünsche ich euch viel Spaß, in Anführungszeichen. Aber ich meine, es war dann einfach nicht der Monat, um großartig irgendwelche Dinge zu lesen, das ist dann auch okay so und im Februar sieht es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus. Aber trotzdem kann ich von einer großen Bandbreite von Büchern berichten, die ich zumindest versucht habe zu lesen. Ich habe dann im Januar relativ schnell festgestellt, dass es mit dem Lesen nicht so gut klappt, deswegen habe ich dann sehr viel bei BookBeat gestöbert. BookBeat ist ja eine Hörbuchplattform, wo ihr im Premium-Paket sogar unbegrenzt die Hörbücher, die es dort in der Bibliothek gibt, hören könnt. Und da kann ich einfach dieses Hörbuchhören so gut in meinen Alltag integrieren, und das habe ich dann auch im Januar versucht. Und den Anfang gemacht habe ich mit einem Ratgeber von Doris Dörry, der da heißt Leben, Schreiben, Atmen, eine Einladung zum Schreiben. Denn dieses Buch gibt es bei BookBeat von Doris Dörry selbst gelesen, das finde ich eigentlich immer cool, wenn Autoren ihre eigenen Werke lesen. Und ja, dieses Buch habe ich mir vorgenommen, einfach nochmal, um an meinem eigenen Schreiben so ein bisschen zu feilen. Das hat allerdings überhaupt nicht funktioniert. Hier in diesem Buch liegt der Fokus vor allen Dingen auf dem autobiografischen Schreiben, was auch nicht das ist, was ich tue, sondern ich schreibe einen fiktionalen Roman. Trotzdem wollte ich mir hier so ein paar Anregungen holen, wie vielleicht dieses Assoziieren funktioniert, wie dieses freie Schreiben funktioniert, aber für mich kam da im Falle dieses Buches wirklich Kauderwelsch raus. Also schon nach einem Kapitel war ich sowas von genervt davon, wie dieses Buch hier aufgebaut war. Dieses ganze Buch, was ja wirklich aus 260 Seiten besteht, ja, besteht gefühlt aus diesem einen Schreibtipp, dass man nicht darüber nachdenken soll und einfach seine Assoziationen aufs Papier bringen soll. Und das führt dazu, dass Doris Dörry wirklich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und wir irgendwie eine Sache lesen und eine Seite später ganz woanders sind und das Buch überhaupt gar keinen roten Faden hat. Für mich hat das wirklich überhaupt gar nicht funktioniert und vor allen Dingen auch als Hörbuch überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich hole mir aus diesem Buch hier keine Tipps für mein Schreiben, weil ich glaube, dann wird das Buch, das ich gerade schreibe, einfach nur schlecht. Es tut mir wirklich leid, aber ich konnte mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen. Ich habe das dann auch nach 100 Seiten oder so abgebrochen, weil ich einfach nur genervt war und es einfach nicht weiterhören bzw. weiterlesen wollte. Und ja, deswegen war das so ein bisschen der erste Flop des Monats für mich. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dafür irgendwie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es anderen Leuten mehr hilft als mir, aber für mich war es einfach wirklich überhaupt gar nichts. Ich hatte dann doch wieder Bock auf etwas Fiktionales und bei BookBeat gibt es unter anderem auch die englischen Hörbücher von Robert Galbraith. Robert Galbraith ist ja das Pseudonym von J.K. Rowling und sie schreibt Krimi-Romane rund um den Privatdetektiven Cormoran Strike und seine Assistentin Robin Ellacott. Und Cormoran und Robin sind für mich zwei der besten Protagonisten, die ich wirklich seit langer, langer, langer Zeit gelesen habe. Diese Bücher, diese englischen Hörbücher, die es bei BookBeat gibt, sind wirklich richtig, richtig cool vertont. So habe ich dann nochmal so ein bisschen in dem vierten Teil Lethal White reingehört. Zumindest den Schluss habe ich nochmal gehört, einfach um mir das nochmal zu vergegenwärtigen, was da alles so passiert ist. Und dann habe ich mir diesen Oschi hier zur Hand genommen und zwar Troubled Blood, was der mittlerweile fünfte Teil dieser Reihe ist und der die Geschichte rund um Cormoran und Robin halt weitererzählt und halt auch wieder einen neuen Kriminalfall einfach aufrollt. Im Vorfelde war dieses Buch hier sehr in der Kritik, vor allen Dingen für J.K. Rowlings transphobischen Äußerungen, die sie so abgegeben hat. Die sehe ich auch ganz klar kritisch, aber ich liebe eben auch diese Reihe hier und möchte einfach für diese Reihe und an dieser Stelle die Autorin und ihre Kunst einfach irgendwie voneinander trennen. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht mit Cormoran und mit Robin und das hat dieses Buch hier auf jeden Fall geliefert. Troubled Blood ist ein 1000-Seiten-Oschi, also selbst diese englische Ausgabe hat 920 Seiten und kein Krimi dieser Welt sollte 920 Seiten haben, wenn ihr mich fragt. Ein Krimi kann doch nicht auf 920 Seiten eine spannende Geschichte erzählen und das hat auch Troubled Blood überhaupt gar nicht geschafft. Der Kriminalfall, der hier untersucht wird, ist der erste Cold Case von Cormoran und Robin und der ist zwar irgendwie interessant, aber spätestens nach dem sechsten Verhör, was 30 Seiten lang war, ja, hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Ich habe auch einfach irgendwann den Faden verloren, weil wirklich so viele Verdächtige und Orte und vergangenen Geschichten und keine Ahnung, was alles irgendwie aufgetaucht ist und ich fand wirklich, da hat J.K. Rowling es zu gut gemeint und dieses Buch hätte man wirklich um 500 Seiten kürzen können. Was halt nach wie vor das Besondere an dieser Reihe hier ist, ist, dass es teilweise Thriller, teilweise Krimi und teilweise Romance und Contemporary ist. Und gerade dieser Romance-Aspekt, diese ganzen Beziehungen zwischen Robin und Cormoran und deren Privatleben und so weiter und so fort, das ist es, was diese Reihe für mich einfach ausmacht und nicht umsonst finde ich diese beiden Charaktere einfach so ultra cool, ja. Und da hat auch Troubled Blood abgeliefert, aber das war eben nur ein Drittel ungefähr von diesem Buch hier. Und so konnte ich auch Troubled Blood im Januar nicht durchlesen und habe es jetzt nach ungefähr der Hälfte, glaube ich, erstmal wieder weggelegt. Ich möchte jetzt darauf warten, dass es Troubled Blood bei BookBeat als Hörbuch gibt, weil ich glaube, als Hörbuch sind diese Bücher wirklich besser zu ertragen. Man kann da, wenn einem der Fall nicht so gefällt, mal ein bisschen irgendwie weghören und wenn es dann um das Privatleben der beiden geht, kann man sich dann wieder mehr darauf konzentrieren. Und generell sind diese Bücher halt unfassbar gut vertont, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und da es die ersten vier Bände schon auf Englisch gibt bei BookBeat, hoffe ich, dass auch bald der fünfte hier folgt und dann werde ich diese Geschichte mal wieder aufnehmen. Denn ich möchte eigentlich schon wissen, wie es weitergeht, aber ich... Also das jetzt wirklich weiterzulesen, wäre auch irgendwie vergeudelte Lebenszeit. Also ich weiß auch nicht, dass... Wie gesagt, ich kann es nur noch mal unterstreichen, kein Kriminalroman dieser Welt sollte mehr als 700 Seiten haben. Und dieser hier hat über 1000. So, nach Robert Galbraith wollte ich dann einen etwas lockereren Thriller lesen. Und zwar einen Thriller von einer Autorin, die ich sehr, sehr schätze und bei der ich weiß, dass die Bücher eigentlich immer gut sind. Habe ich zumindest gedacht, dass ich dieses Buch hier gelesen habe. Also ihr merkt schon, Leute, das hat wirklich alles nicht so gut funktioniert diesen Monat. Und es hat auch nicht gut funktioniert bei Dein Kaltes Herz von Sharon Bolton. Sharon Bolton ist eine britische Thriller-Autorin, die größtenteils Standalone-Psychothriller schreibt, könnte man sagen. Ich habe schon, ich glaube, zwei oder drei Bücher von ihr gelesen, die allesamt großartig waren. Und Dein Kaltes Herz klang auch wirklich richtig, richtig gut. Schon alleine das Setting, ja. Das Ganze spielt in Südgeorgien, kurz vor dem Südpol. Und wir haben, wie hieß die nochmal? Felicity. Felicity flüchtet nämlich vor ihrem gewalttätigen Ehemann ans Ende der Welt im Endeffekt und ist nun in Südgeorgien und guckt eigentlich immer nach den Schiffen, die auf der Insel anlaufen und hofft halt jedes Mal, dass ihr Mann nicht dabei ist. Tja, aber dann kommt das letzte Schiff für den Winter und wer ist an Bord? Dreimal dürft ihr raten, ihr Ehemann. Also so ein Thriller rund um häusliche Gewalt, um Ehe, um Identität, um die Flucht vor der Vergangenheit. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte mit einem ultrageilen Setting, das wirklich unter die Haut geht. Das Problem war halt, dass das irgendwie nur in den ersten 100 Seiten des Setting war und dann springen wir auf einmal ein paar Monate in die Vergangenheit und alles wird irgendwie von hinten aufgerollt. Und der Mittelteil von diesem Buch ist so unfassbar zäh, dass ich wirklich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Also der ganze Plot ist so unfassbar merkwürdig strukturiert. Man weiß eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht, was man hier liest und die Charaktere fällen wirklich Entscheidungen, wo ich nur mit dem Kopf schütteln konnte. Ich hätte so gerne mehr von dieser ganzen Südgeorgien-Reise erfahren und ja, diese ganze bedrückende Atmosphäre, die es auf den ersten 100 Seiten gab, die war auf einmal weg und ich hatte nur noch Fragezeichen in dem Kopf und hatte auch einfach keine Lust mehr weiterzulesen, weil ich eigentlich nur noch darauf hingefiebert habe, dass wir wieder zurück nach Südgeorgien gehen. Also ich frage mich wirklich, warum Sharon Bolton ihr Buch so strukturiert hat, wie sie strukturiert hat. Mich hat es einfach nur genervt. Also wirklich, ich fand, das war so in die Länge gezogen. Ich hatte die ganze Zeit Fragezeichen im Kopf und ich hatte nicht Drang genug herauszufinden, was da alles dahinter steckt und deswegen habe ich es dann kurz vor dem Ende im Endeffekt abgebrochen, selbst wenn ich mir sicher bin, dass es noch wieder zurück nach Südgeorgien geht in diesem Buch. Ja, also ich weiß auch nicht. Auch das war für mich irgendwie kein gutes Buch. Also es war wirklich wie verhext. So, dann ich wieder bei BookBeat gesucht, was könnte ich so hören. Und dann kam es mir in den Sinn, ich kann doch eigentlich nichts falsch machen mit Red Rising. Red Rising, diese absolut epische Science-Fiction-Dystopie, die ich einfach nur feier, von der ich alle vier Bände schon verschlungen habe. Und der fünfte Band, der hier in Deutschland in zwei Bänden aufgeteilt wurde, der wartet auf mich. Den habe ich hier zu Hause liegen und den haben sie auch auf BookBeat und ich weiß, dass diese Bücher unfassbar gut vertont sind. Aber der Einstieg in dieses Buch war wirklich eine Qual. Ich habe ja schon beim vierten Teil dieser Reihe gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen komplexer wird, dass es nicht mehr so richtig die Dystopie ist, in die ich mich verliebt habe, aber es war immer noch ein unfassbar gutes Buch. Und zweifelsohne ist auch hier der Schreibstil immer noch gut und auch hier der Sprecher immer noch gut, der das Ganze vertont. Aber ich komme in diese Geschichte nicht mehr rein. Ich komme in dieses Buch aktuell nicht mehr rein. Und ich hasse mich selbst dafür, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Aber wenn ich lese, beziehungsweise wenn ich höre, merke ich, dass einfach meine Gedanken abdriften. Und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich hier lese. Ich bin total konfus, was die Charaktere angeht, was die Schauplätze angeht, was die Machtverhältnisse angeht. Und das ist etwas, worauf diese Story hier gründet. Also wir haben nun mal eine Weltengesellschaft. Wir haben verschiedene Planeten. Wir haben einen Bürgerkrieg. Wir haben die Charaktere aus den Büchern davor, die da alle irgendwie mitmischen. Und es ist eine epische Action-Schlacht. Und puh, also ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Also wirklich. Ich habe das Gefühl, bei Red Rising 5 will Pierce Brown zu viel. Also tatsächlich. Es ist wirklich komplex. Es ist wirklich konfus. Und es ist nichts, was ich so nebenbei lesen kann. Deswegen packe ich das jetzt erstmal on hold. Will es dann nächsten Monat oder übernächsten Monat nochmal angehen. Muss mir vorher vielleicht nochmal einfach die Inhalteingabe von Band 4 durchlesen. Aber irgendwie bin ich diesen Monat in diese Geschichte hier überhaupt nicht reingekommen. Und das wundert mich doch wirklich sehr, weil Red Rising eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsreihen ist. So, mittlerweile sah ich dann irgendwie so aus. Habe mir die Haare gerauft und sah aus wie Professor hasst dich irgendwie. Und dann habe ich einen ganz verrückten Gedanken gehabt und dachte mir so, warum liest du jetzt nicht mal New Adult? Ihr wisst, eigentlich kann ich nichts anfangen mit so Erotik und Romance-Romanen und sowas. Aber ich brauchte irgendwie etwas lockerflockiges, wo ich nicht viel drüber nachdenken muss. Und wo ich einfach lesen konnte und lesen konnte und die Gedanken einfach mal ausschalten konnte. Und dann habe ich mir tatsächlich dieses Buch hier bestellt, Strip This Heart von Justine Pust. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe mir dieses Buch hier eigentlich bestellt, einfach weil ich Justine sehr, sehr gerne mag. Ich kenne sie so ein bisschen von Instagram, von ihren Sachen, die sie so postet und habe halt mitbekommen, dass sie einen New Adult-Roman veröffentlicht hat. Und ich wollte den jetzt einfach mal lesen. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, wo ist der Hype bei diesem Genre hier und vor allen Dingen, wie schreibt die Gute eigentlich? In diesem Buch hier geht es um Brooke, die lebt in Chicago und die ist bei dem Junggesellenabschied ihrer besten Freundin in einem Strip-Club und verliebt sich quasi Hals über Kopf in einen Stripper. Und dieser Stripper namens Nate verliebt sich ebenfalls Hals über Kopf in Brooke. Das ist wirklich Insta-Love vom Allerfeinsten und es ist auch eine unfassbar kitschige Geschichte alles in allem, aber mit so einem Augenzwinkern und mit so einer Ironie und mit so einem richtig witzigen Schreibstil. Also dieses Buch hat wirklich sehr, sehr viele witzige Stellen. Es nimmt dieses ganze Genre sehr aufs Korn und das ist halt was, was mir irgendwie gut gefallen hat, weil ich halt dieses Genre auch auf eine sehr selbstironische Art und Weise jetzt gelesen habe. Und ich glaube, dafür war dieses Buch hier perfekt. Ich bin noch nicht durch mit diesem Buch. Ich habe ungefähr die Hälfte bisher gelesen, aber ich habe damit halt irgendwie gefühlt gestern angefangen. Also das heißt, man kann diese Art von Büchern so unfassbar schnell wegsuchten. Da guckst du wirklich auf die Uhr, fängst an zu lesen und eine Stunde später hast du irgendwie das Buch durchgefühlt. Aber hier liegt das, glaube ich, explizit auch einfach an dem lockerflockigen Schreibstil von Justine. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil das ist alles so schnörkellos geschrieben. Es ist alles so on point. Es ist alles, wie gesagt, einfach gestrickt und auch klischeebeladen. Aber es hat halt irgendwie so einen gewissen Charme. Und das hat tatsächlich geholfen. Ich habe tatsächlich dann mal wieder so ein bisschen Spaß am Lesen gefunden und vielleicht ist das hier sogar das richtige Buch, was mich dann aus meiner Leseflaute rausholt. Und es ist halt auch interessant zu beobachten, wie ich das Buch bewerte, wenn ich Justine persönlich kenne. Also, ja, da mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken drüber. Das wäre auch mal ein interessantes Videothema eigentlich. Aber insgesamt ist Strip This Heart gerade einfach genau das, was ich brauche. Es ist gerade irgendwie was lockerflockiges. Ich muss den Kopf nicht anstrengen. Ich kann in einer süßen Story versinken und, ja, bin gespannt, wie das hier zu Ende geht. Das waren die Bücher, die ich angelesen habe. Ja, wie gesagt, ich habe kein einziges von diesen Büchern beendet im Januar. Ich glaube, dass ich mir für den Februar einfach im Vorfeld ein bisschen mehr Gedanken machen muss, was ich eigentlich lesen möchte. Bin ich gerade mehr in Stimmung für etwas Anspruchsvolles? Bin ich gerade mehr in Stimmung für einen Thriller oder für Horror oder für Romance? Und, ja, wie gesagt, BookBeat vor allen Dingen gibt mir auch immer wieder Inspiration, weil ich mittlerweile so darauf gepolt bin, dass ich gleichzeitig lesen und gleichzeitig hören muss. und wenn auch ihr BookBeat probieren möchtet, könnt ihr das machen, einen Monat lang kostenlos, mit meinem Code FILLSPEAT. Den könnt ihr bei BookBeat eingeben, dann bekommt ihr einen Monat lang das Premium-Paket und da könnt ihr wirklich unbegrenzt Hörbücher hören und ich kann mir tatsächlich irgendwie das Lesen ohne BookBeat gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich glaube, dass ich mittlerweile sogar mehr Hörbuch höre, als richtig zu lesen. Ja, könnte tatsächlich hinkommen. Schreibt mir doch mal gerne unten einen Kommentar, wie euer Lesemonat so gelaufen ist, ob er ähnlich schlimm war wie bei mir oder ob ihr da schon irgendwelche Highlights für 2021 herauskristallisieren konntet. Jetzt sage ich erst mal wieder, danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao!